Der Titel des heutigen Videos sagt eigentlich alles, was ich euch für den Moment erzählen kann. Die aktuelle Korrektur im Silbermarkt ist aus meiner Sicht eine Kaufchance. Wie diese Kaufchance aussieht, also wo ich kaufen möchte, wo ich meinen Stop platziere und wo meine Ziele liegen, das sage ich euch alles in diesem kurzen Video. Dann legen wir mal los. Ich begrüße euch ganz herzlich hier auf dem Tradermacher-Kanal. Ohne große Vorrede. Diese Korrektur, die wir jetzt aktuell hier in den Notierungen im Silbermarkt sehen, die ist aus meiner Sicht interessant. Und ich möchte mich heute auf die technische Analyse beschränken, zumindest weitestgehend. Wir schauen nur gleich kurz aufs Gold-Silber-Ratio. Klar ist, das lässt sich relativ leicht belegen, Silber steigt nicht, weil es irgendeine Verschwörung gibt und eine Manipulation des Silbermarktes. Das kann alles sein, ist aber seit 50, 60 Jahren im Gespräch. Von daher, seit die Gebrüder Hunt genau das gemacht haben, den Silbermarkt manipuliert haben, gibt es immer wieder verschiedenste Theorien dazu. Das taugt aber nicht, um ein wirklich konkretes Setup zu erstellen. Es braucht die spekulativen Anleger, die sagen, jawohl, jetzt gehe ich in den Silbermarkt rein. Das kann man zum Beispiel in Form der ETF-Zuflüsse in den USA messen und aktuell ist es noch nicht so weit. Und deswegen performt Silber nicht sonderlich gut. Aber in so einem Trend, wenn er denn neu entsteht, möchte man natürlich einsteigen, bevor alle auf den fahrenden Zug aufspringen. Und wo bei mir die Kaufmarke liegt, das zeige ich euch direkt hier auf dem Bildschirm. Reinschauen. So, wir sind hier auf der Seite von gold.de und sehen, dass das Gold-Silber-Ratio aktuell bei 84,75 liegt. Das ist der Schlusskurs von Freitag. Ich nehme dieses Video am Sonntagmittag auf. 84,75, das ist ein gutes Stück höher als noch vor rund einem Monat. Das heißt, man braucht jetzt mehr Unzen Silber, um eine Unze Gold zu kaufen. Und an der Stelle dürfte man sich, wenn man das denn wollte, das steht aber heute gar nicht auf der Agenda, durchaus die Frage stellen, warum das so ist. Müssen wir aber nicht, um den Preis zu analysieren. Was wir uns aber anschauen dürfen, ist das Gold-Silber-Ratio im langfristigen bzw. im mittelfristigen Vergleich. Und wir erkennen, wir machen es jetzt mal ganz, ganz kurz theoretisch, könnte man sagen, das hier ist ein Aufwärtstrend gewesen. Der herrschte fast zwei Jahre lang und jetzt aktuell wird dieser Aufwärtstrend, der gebrochen wurde zuletzt, von unten getestet. Und das würde dafür sprechen, dass das Gold-Silber-Ratio dann in der Folge wieder zur Unterseite abprallt. Und von daher Silber relativ stark sein sollte im Vergleich zu Gold. Die fundamentalen Ursachen, die kann man lang und breit besprechen. Ihr wisst es, Gold hat eine höhere Grundnachfrage, sowohl von ETF-Käufern als auch von langfristigen Anlegern und, und, und. Und wir haben bei Silber schlicht und einfach den industriellen Anteil deutlich höher. Rund 50 Prozent, das schwankt ein klein bisschen, je nach konjunktureller Lage, rund 50 Prozent der Nachfrage kommen direkt aus der Industrie. Dort wird Silber also verbraucht. Man muss aber dennoch keine Knappheit reininterpretieren, denn es gibt schlicht und einfach auch sehr viel mehr Silber als Gold. Ist häufig übrigens ein Beiprodukt, zum Beispiel in Kupferminen und so weiter. Also im Bergbau kommt eine ganze Menge Silber vor, aber nichtsdestotrotz hat es natürlich seinen Wert. Wir haben in der Vergangenheit, und es ist noch gar nicht so lange her, gemeinsam festgestellt im Report, die meisten von euch werden es gesehen haben, am 4.1. diesen Jahres haben wir festgestellt, dass so langsam die Luft dünn wird für Silber. Da handelte Silber bei 24,36 und die Abwärtstrendlinie, wir werden sie uns gleich nochmal anschauen, die sollte noch getestet werden, aber zu diesem Zeitpunkt war Silber schon nicht mehr mit dieser relativen Stärke gegenüber Gold ausgestattet, wie das in den Wochen zuvor der Fall war. Das heißt, es gab hier deutliche Ermüdungserscheinungen und dementsprechend ist Silber zur Unterseite abgeprallt. Wer übrigens wöchentlich, wie lange hat der jetzt gedauert? Ja, 8 Minuten dieser Report. Wer es kurz und knapp möchte, 4, 5 Basiswerte in der Regel, es waren DAX, Silber, Bitcoin, HelloFresh, der kann sich natürlich diesen Report absolut kostenlos holen. Kommt jetzt immer im Videoformat schlicht und einfach deshalb, weil die Nachfrage da zu diesem Produkt, wenn ihr es so wollt, oder zu diesem Format, die war groß. Ja, ich kann es verstehen, kompakt dargestellt und 8 Minuten sieht man vielleicht noch schneller, als man so einen Text sieht. Ihr könnt euch dafür eintragen, kommt jeden Mittwoch völlig kostenlos. Name, E-Mail-Adressen und eure Daten sind selbstverständlich safe bei uns. Wir geben sie nicht weiter. Und jetzt schauen wir auf Silber und zuerst einmal, um zu bestätigen, was ich eben angedeutet habe. Ja, vergesst jetzt bitte hier die Chart-Technik, die ist eingezeichnet für eine kürzere Zeitebene. Das ist Silber im Verlauf der letzten 50 Jahre. Es gab zwei wesentliche Preisspitzen zur Oberseite. Ja, bei einer so langfristigen Betrachtung sollte man normalerweise einen logarithmischen Chart nehmen, aber man erkennt es auch hier. Und das war's. Diese beiden großen Rallys haben den Markt dominiert. Dann gab es nochmal eine, die zu einer Kursverdopplung geführt hat im Jahr 2021. Aber wir haben eben nicht mehr die Korrektur bis nach unten gesehen, also bis zu den letzten Tiefs. Das heißt also, grundsätzlich mal suche ich hier einen Einstieg. Das kann man jetzt nicht in einem 50-jährigen Chart darstellen. Hier wollte ich nur zeigen, das ist Silber und das ist im gleichen Zeitraum. Auch hier vergesst die Chart-Technik, darum geht es nicht. Ja, hier beginnt der Chart 1973 bis jetzt und das ist Gold. Nochmal zum ganz schnellen Vergleich. Gold und Silber. Und wer jetzt sagt, Silber ist der kleine Bruder von Gold. Am Ende läuft Silber immer so wie Gold. Nur, der wird sehen, das ist einfach nicht so. Die Gesamt, also die Rendite unter dem Strich in Gold ist deutlich höher als die in Silber. Man musste also, um im Silbermarkt erfolgreich zu sein, das richtige Timing mitbringen. Ja, wer langfristig in Edelmetalle investieren möchte, der kann natürlich auch eine Beimischung haben, physischer Natur. Weil er sagt, irgendwann muss auch der nächste Bullenmarkt kommen. Und ich glaube auch, er wird kommen. Ich habe ja vor einigen Monaten ein Video gemacht, Silber Kursziel 125. Ich glaube, bis 2025 habe ich dort gesagt, 2025 oder 2026. Und ja, das halte ich für möglich. Aber bei Silber ist es ganz, ganz wichtig, dass man das richtige Timing hat. Und das versuchen wir jetzt mal etwas näher zu eruieren. Und gehen in den Wochenchart und sehen, das ist genau dieser Abpraller hier. Der war, ja, also wunderschön im Tagesverlauf. Sieht man das vielleicht hier noch? Einen kleinen Tester zur Oberseite. Und dann ist genau das besprochen passiert, was wir hier am 4.1. schon besprochen haben. Kleiner Tester zur Oberseite. Für einige wenige Stunden den Bullen mal Mut gemacht. Und dann ging es deutlich abwärts. Diese Korrektur, da lege ich mich fest, ist kaufenswert. Disclaimer. Im Trading kann es selbstverständlich und wird auch Fehlsignale geben. Wer hier auf kurzfristigeren Zeit-Ebenen unterwegs ist, der braucht in jedem Fall auch eine Stop-Strategie. Der muss wissen, wo gehe ich denn wieder raus, wenn es nicht für mich läuft. Antizyklische Einstiege finde ich in einem solchen Markt interessanter. Warum? Weil ich natürlich gegen den übergeordneten Trend handele. Während Gold also seinen übergeordneten Trend zur Oberseite verlassen hat, testet jetzt gerade, schauen wir uns beim nächsten Mal gerne an, testet jetzt gerade diese Unterstützung nochmal um 1.860 US-Dollar herum. Ist Silber ja nach wie vor in der Reihe tieferer Hochs gefangen. Und deswegen ist es antizyklisch für mich interessanter, als erst zu kaufen, wenn Silber hier über 24,5 Dollar ausbricht. Kann man natürlich machen und grundsätzlich mal ist oberhalb der letzten Hochs hier bei rund 24,5 Dollar ist das Kursziel 30 Dollar. Kann man machen. Sind mehr als 20 Prozent. Es wird aber viel, viel interessanter hinsichtlich der Stop-Setzung, wenn man Korrekturen kauft. Und jetzt schaut euch mal an. So, diese hätte ich gerne. Machen wir einfach mal. Ne, machen wir mal als Zone. Ja. Ist ein bisschen klarer. Das sind also die letzten Tiefs und das hier sind die getesteten Tiefs. Wir kommen jetzt in diese Unterstützungszone wieder rein. Zudem haben wir hier einen gleitenden Durchschnitt, der einen längeren gleitenden Durchschnitt, das ist jetzt auf Wochenbasis das Ganze. Ja, es macht einen Unterschied, ob ihr euch das auf Wochenbasis oder Tagesbasis anschaut, weil die Anzahl der Signale natürlich auf Wochenbasis geringer ist. Ja, aber das ist ein kleines Kaufsignal. Und in Richtung dieser gleitenden Durchschnitte, ich mache jetzt noch einen, hier um diese Zone herum. Das finde ich interessant. Das heißt also, hier zu kaufen und jetzt wisst ihr, was kommt. Die, die schon länger dabei sind, wissen, was kommt. Dann schaue ich mir die Bewegung separiert an. Und wo, wo soll bitte ein Basiswert nicht drunter schließen? Wer weiß es, wer weiß es, wenn eine Bewegung bullish bleiben soll. Genau, unterhalb des 61,8er Retracements wäre nicht ideal. Das heißt also, hier in etwa, und wir sprechen über einen Wochenschlusskurs. Vorsicht bei der Positionsgröße, denn selbstverständlich kann der Wochenschlusskurs dann auch mal gleich zwei Dollar tiefer liegen. Von daher muss man bei dieser Strategie seine Positionsgröße dem Risiko und der Volatilität anpassen. Grundsätzlich mal, konkreter kann ich es dann auch nicht machen. Grundsätzlich mal ist das also meine Kaufzone. Mit dem Hinweis versehen, dass ich natürlich keine Garantie habe, dass diese Kaufzone erreicht wird. Aber wir sind ja fast da. Wochenschlusskurs unterhalb dieser 20, 17, 20 Dollar ist für mich nicht zulässig. Dann gehe ich raus, obwohl es hier unten eine Unterstützungszone gibt. Aber das sind ja noch mal 10 Prozent tiefer. Dann bin ich weg. Dann ist für mich das bullische Momentum komplett verschwunden. Naja, und das nächste Ziel auf der Oberseite. Das ist dann der nächste Test hier dieser Widerstandszone, beziehungsweise des Abwärtstrends. Da werde ich wahrscheinlich Teilgewinne realisieren und dann mit der zweiten Hälfte auf einen Ausbruch zur Oberseite spekulieren. Das war jetzt mal ganz konkret. Ich hoffe, ihr könnt was damit anfangen. Disclaimer. Wie gesagt, auch dieses Signal kann ein Fehlsignal sein. Deswegen achtet auf euren Stop. Überlegt vorher, was seid ihr bereit zu verlieren, wenn es anders kommt als geplant. Dies ist keine Empfehlung, sondern ich zeige euch hier nur, wie ich an diesen Basiswert aktuell herangehe. Das war es für heute. Ich freue mich auf eure Kommentare. Lasst es krachen. Schönen Abend. Bis dann und ciao.